Was war das jetzt? Was? Ich glaube, du sahst komisch aus. Nee. Helau! Ja, oder die anderen sagen, Allah, meine Heimatstadt, die sagen, Jo-Jo. Was sagen die? Jo-Jo. Warum? Wo kommst du denn her? Schönen Gruß nach der Woche geht in die Karnevalsregion Bleicherode. Ach, Bleicherode? Wo liegt denn das? Im Südharz, Nordthüringen, links von Nordhausen. Also übrigens, was ich sagen wollte, für dieses Scheißwetter gestern, ist er verantwortlich gewesen. Ja, muss ich schon mal sagen. Also ich finde schon, dass er schuld ist. Ja, Wetter. Deswegen stelle ich mich auch freiwillig in den Regen, oder was? Bevor wir zu dem Elend von gestern kommen, kommen wir zu dem Elend, was passieren wird. Wir waren doch schon über das Wetter. Ja, ja. Das schlimmste Wetter war das gewesen. Aber es regnet schon wieder, habe ich gesehen. Boah, dabei bin ich so schon auf dem Frühling aus. Aber gut, am 29.02. Ach, hier, Frühling. Habt ihr ein Bild geschickt vom Frühling. Kannst einblenden. Hier, der Lutze blendet jetzt hier mein Frühlingsbild ein. Was ist denn für ein Frühlingsbild? Das ist ein schöne, bunte Frühlingsbild. Das wird eine lange Sendung, Leute. Ach so. Abschiedsparty am Samstag? Wo? Marktplatz. Marktplatz. Was ist das für ein Abschied? Ich will es nicht verabschieden werden von mir. Ich? Ja. Nee, die anderen wollen direkt lieber Neuignal. Die anderen. Also, Christiane Warelmann und Bernd Laufenberg. Am 29.02. Wollen mit ihrem alten Auto nach Baden-Württemberg fahren. Rata-Rata. Genau, Afrika. Und damit wir die Gebühren verabschieden können, ist am 29.02. auf dem Marktplatz eine große Party angesagt. Ich habe sogar, du hast die Leute gehört, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Da soll es, glaube ich, sogar Grillschwein geben. Also Ferkel, Spanferkel. Keine Ahnung. Ich lasse mich überhalten. Jedenfalls gibt es so Bratwurst und was zu trinken. Und ja, Spanferkel, glaube ich, gibt es. Deswegen gehen wir da hin. Wir sind auf jeden Fall da. Ab 16 Uhr geht es los. Und zwar auf dem Marktplatz, wie gesagt. Und da steht auch das Auto dort. Kann man sich nochmal mit Spenden daran beteiligen und so. Und hier, wir, ja. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ja, wenn ich nicht reinspreche, hörst du nicht. Ja, das geben wir denen mit. Das sind so kleine Walkie-Talkies, damit sie sich im Auto bei der Lautstärke ordentlich unterhalten können. Das ist genau das. Oder rinken kannst. Okay. Jo, das, das. Das nächste ist ebenfalls am 29.02. und zwar diesmal in der Gaststätte am Waldbad. Und dort ist wieder das berühmte Dart angesagt. Du meinst dieses Fernakupunktur-Ding. Ab 19 Uhr, genau. Wo man sich mit Nadeln akkupunktieren kann. Drei Stück immer kriegt man immer reingewollt. Ja. Wummert. Dart am 29.02. ab 19 Uhr in der Gaststätte am Waldbad. Die nächste Veranstaltung ist dann, die wir jetzt angeben können, ist am 13. März. Am 15.03. Am 15.03. Und zwar nicht im Fliegerheim. Denn da ist Renovierung. Da ist Renovierung, genau. Und zwar geht es da um den besonderen Abend. Die erste Veranstaltung von der besonderen Abend, das startet diesmal mit den vier Damen von Quartetto. Tonale, Silke, Ruhg, Almut Witt, Astrid Hengst und Gesine Konrad. Und stattfinden tut das Ganze in der Hans-Grade-Grundschule, in der Mensa. Georg-Roth-Gieser-Straße 1. Uhrzeit 17 Uhr. Eintritt ist frei und um Spenden wird gebeten. Wie gesagt, am 15.03. Der besondere Abend startet dann in diesem Jahr mit Quartetto. Du hast ja geschrieben, Ortsverschiebung, aber den Ort lassen wir mal hier. Wir verschieben den Ort nicht. Habe ich so gelesen. Genau. Der Veranstaltungsort wird tatsächlich verschoben. Aber nicht der Ort Orgheide, ne? Nein, das habe ich nicht gesagt. Darüber geschrieben. Und dann geht es gleich weiter im März, weil wir dann so schön beim Feiern sind. Am 21. März, das ist ein Samstag, geht es ab 17 Uhr am Jugendclub los. Ja. Da ist eine richtig tolle Party, habe ich gehört. Mit Schneefegen vorher. Schneefegen. Ja, weiße Blütenblätter höchstwahrscheinlich von den Kirschen. Oder wie? Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Und deine vielen Enkelkinder tanzen da rum. Nein. Orgheide News TV feiert da seinen vierten Geburtstag. Und wir hoffen natürlich, ihr kommt zu Hauf und feiert mit uns mit. Müsst du auch da? Ich werde wohl, ja, ich mache ein Feuer an. Ja, aber natürlich, wo findet es statt? Am Jugendclub logisch. Wo sonst? Da, wo wir hingehören. Ja, das ist so. Vierte Geburtstag, haben wir gesagt. Vierte Geburtstag. Vier Jahre schon, Orgheide News TV. Ich bin ja richtig baff. Jede Woche eine Sendung. So lange durchgehalten auch, das ist schon ein Ding, muss ich mal sagen. Aber, jo, das... Wie lange müssen wir noch? Mit der Veranstaltung heute? Nee, die Videos hier machen. Na, wir machen dann unsere Beerdigung dann noch. Das ist der letzte Veranstaltung. Nehmen wir aber die Kamera mit rein, ne? Aber jetzt ist noch ein paar Wochen hin, glaube ich. Ein paar Wochen. Wir machen hin, wir haben noch Videos. Ja, genau. Schon sind wir beim Sport. Ja. Mensch, die F-Union hat Besuch. Hast du gesehen? Ja, wie hieß er denn? Der Niklas Kastenhofer. Ah, und wer noch? Na, habe ich mir gemerkt. Und Michael Seyer. Und wer ist das? Der Papa. Der Papa. Vom Niklas. Von Niklas. Der wohnt tatsächlich in Borkheide. Und der Niklas Kastenhofer... Hofer. Hofer? Wohnt der eigentlich auch in Borkheide? Nee, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Hallescher FC. Sagt euch das was? Dritte Liga? HFC Chemie. HFC Chemie, genau. Dritte Liga. Und die haben der F-Jugend T-Shirts gesponsert. Neue. Aber die Rest seht ihr hier im Video. Genau. Bitteschön. So, schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Wir haben heute einen Fußballprofi hier zu Gast. Niklas Kastenhofer vom Halleschen FC. Und Micha, Micha Isaya von der Alanis GmbH, der hat ein kleines Geschenk für uns mitgebracht. Und ja, da sind wir sehr glücklich drüber, dass er sich da für den Verein engagiert. Pepe. Ja? Du bist... Wer? Äh... Pepe. Ja, Pepe. Kapitän. Ja. Von der F-Jugend. Ja. Von BSV 90. Ja. Und ihr habt eine richtig gute Saison gehabt, ne? Ja. Ja? Weißt du, wer er ist? Ja. Ja? Wer ist das? Niklas Kastenhofer. Aha. Weißt du, wo der spielt? Ja, bei Halle. Bei Halle? Was macht der? Wo spielt der? Auf welcher Position? Abwehr. Ja. Ähm, was ist dein bester Trick? Mein bester Trick? Als Verteidiger immer ein bisschen schwierig, aber... Abwehr. Und warum ist der heute hier? Ähm, weiß ich nicht. Niklas, weißt du, warum du heute hier bist? Ja, ähm, mein Papa hat mich eingeladen hierher, damit ich das alles mal mit ein bisschen begleite. Ähm, er wohnt jetzt seit anderthalb Jahren hier. Ja. Ähm, er hat gesagt, das ist eine gute Sache. Ich würde mich freuen, wenn du hier dabei bist. Und ja, hier bin ich. Ja, toll. Was denn für eine gute Sache? Äh, er hat Trikots gesponsert hier für die Mannschaft, für die F-Jugend. Und ich denke, das ist immer, ist immer eine coole Sache, wenn man, äh, wenn man erst hierher zieht und dann, ähm, sich versucht hier zu integrieren. Ähm, vor allen Dingen, weil er bei mir immer von Anfang an mit dabei war, ähm, und weiß, äh, was ich durchlebt hab. Und er war immer mit dabei und einfach auch mal was zurückgeben will wieder. Ich wohne seit anderthalb Jahren in Burgheide und, äh, ich finde es einfach klasse, was hier passiert, was gemacht wird. Und dass wir eigentlich mit der F ein Team haben, was eigentlich als reiner SV Burgheide Fußball spielt. Und jetzt würde ich gern das übergeben, für was ich eigentlich gekommen bin. Genau, also hier werden die Jugend unterstützt, damit sie irgendwann da spielen, wo du jetzt bist oder sogar noch weiterkommen, ne? Ich hoffe, also, es wäre schön, würde mich freuen natürlich. Ich freue mich über jeden, der hochkommt oder Profi wird natürlich, freue ich mich, ja. Ja, Mario, du bist Trainer mit einer der Trainer. Wie viele Trainer seid ihr denn? Wir sind fünf Trainer und, äh, unser Kader umfasst 17 Spieler. Und, ja. Und ihr habt ein schönes Geschenk gekriegt heute auch von der Alanis GmbH, wie man hier sieht, ja? Der Trainer wurde mit diesem T-Shirt ausgestattet. Die Spieler, wie gesagt, haben, äh, ähm, Trikots bekommen. Und der Sponsor, also der Micha von der Alanis GmbH hat noch viele weitere schöne Sachen mit uns vor. Wir wollen noch einen Ausflug nach Halle machen, uns ein Spiel angucken. Hallescher FC gegen Kaiserslautern. Und, äh, ja, dann haben wir ja bei 30 Jahre BSV 90 ein großes Fest. Und im Rahmen dessen werden wir auch ein Fußballturnier machen. Und auch dort wird er uns finanziell unterstützen. Und da freuen wir uns sehr, dass es so ist. So, und wenn ich das so sehe mit den neuen T-Shirts, wird's jetzt was bei euch in der F-Jugend in der Saison. Ihr werdet dann den ersten Platz machen, oder? Wie sehe ich das, Pepe? Was meinst du? Ja? Ja, wir werden Erster. Ja, ne? Habe ich mir so gedacht, wir werden Erster. Gut, dein Jake Hansel. Sehr schön, vielen Dank. Ich bedanke dich noch mal schnell bei ihm. Dankeschön. Sehr gerne, sehr gerne. So, und du hast hier noch so einen schönen BSV-Wümpel, ne? Perfekt. So, das war's. Ja, das war's. Ja, das ist die Stimmung hier rein. Ich komme echt gut rein. Also, dann gucken wir mal, ob das die Nachfolger von der Männermannschaft wird. Auf jeden Fall haben wir heute erstmal super Wetter. Die Sonne scheint, wie man sieht. Ne, ist natürlich nicht die Sonne, sondern die Flutlichtanlage hier auf dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz. Und mehr dann von den Männern am Sonntag. Bis dahin. Tschüss. 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 Wir haben noch einen Vorwurf für Borkaida News TV. Wir engagieren sich immer so aufbeobtrungsvoll für den Verein auch. Oh, danke. Töpferzer, tschüss, danke. Ja, war eine richtig coole Veranstaltung, oder? Und in der Halle haben sie früher Salz hergestellt oder rausgeholt. Weißt du wie? Fußballplatz? Ne, die haben die Schweine in die Saale getrieben und haben die dann wieder rausgeholt. Und dann sind die abgetrocknet, da war das Salz auf den Schweinen hinterher drauf. Ist kein Scherz. Ist echt. Eine Saale ist die salzig? Ja. Seit wann nicht? Saale, Saline. Deswegen heißt der Fluss so. Okay. Erhöhter Salzgehalt. Lass dich mal erzählen. Ja, okay, wir nehmen es so ab. Ja, und dann war noch was. Und zwar gestern war nicht nur beschissenes Wetter, sondern auch Fußball. Hast du jetzt das böse SCH-Wort gesagt, so wandweise? Beschissenes Wetter. Und Fußball gewesen. Ich war nicht da. Und leider, leider, leider hat Borgheide es diesmal wieder nicht geschafft. Aber ich glaube, das lag gar nicht so sehr an denen. Aber Matze, du warst da, ne? Ja, ich gucke immer noch grimmig, wenn ich dran denke. Weil, nee, nee, also man soll ja nicht auf den Schiedsrichter schimpfen. Ich darf es. Weil ich habe zugucken müssen. War nicht schön. Ja, und wie der Trainer das gesehen hat, sehen wir hier. Bitteschön. So, da sind wir. Markus, heute 1 zu 2 in Borgheide. Ich habe einige Sachen anders gesehen, wie das Spielergebnis sich letztendlich darstellt. Ja, also heute konnte man der Mannschaft keinen Vorwurf machen, muss man ganz klar sagen. Wir haben gekämpft. Wir haben zu 80 Prozent Ballbesitz gehabt, gefühlt. Wir haben das Spiel gemacht. Natürlich schwer auf dem Rasen. Selbst der gegnerische Trainer, das Erste, was er nach dem Spiel gesagt hat, hat mehr Mauern, konnte er nicht. Also er hat wirklich, nachher waren ja wirklich alle 10 bei ihm in der Hälfte. Und selbst der Stürmer war irgendwie 10 Meter vor seinem Strafraum, alles dicht gemacht. Klar, zu Recht, wenn sie halt dann aus zwei Kontern zwei Tore machen, dann kann man das auch mal versuchen. Und wir leider zu wenig aufs Tor geschossen haben, beziehungsweise die Lücken nicht gefunden haben. In der ersten Halbzeit vielleicht das ein oder andere Mal nicht kontrolliert genug vorm Tor, die Abschlusschance dann auch wirklich zu nutzen. Oder überhaupt sich dann so ganz genau zu erreichen, Benni direkt vorm Tor. Ja, und deswegen schade, dass wir im Endeffekt verloren haben. Wir haben es auch eben in der Kabine nochmal gesagt. Alle haben gekämpft, auch wenn am Ende die Luft knapp wurde und schwer wurde. Aber der Gegner hat ja da auch nicht mehr viel gemacht. Sehr, sehr ärgerlich, dass wir jetzt erstmal nach diesem Spiel zumindest aktuell 1 zu 2 zurückliegen. Was da noch kommt, müssen wir jetzt gucken. Genau, also ich habe wirklich auch die erste Halbzeit gesehen. Es war wirklich ein kampfbetontes Spiel und es war komplett in der gegnerischen Hälfte, muss ich fast sagen. Immer mit Druck, Druck aufgebaut. Im Endeffekt in manchen Situationen hat das Glück gefehlt, wenn auch ein anderer den Ball mal verpasst hat, kurz vorm Tor. Aber ich als Unbeteiligter, der von Fußball auch wie Lutze wenig Ahnung hat, muss sagen, dass auch das ein oder andere komische Foul nicht geahndet wurde, wo man am Rand steht und sagt, was war das jetzt? Ich hoffe, ich finde das hier und kann das gerade nebenbei noch einblenden. Und auch die Diskussion mit dem Schiedsrichter wurde für Wokhaide öfters mit Gelb geahndet. Und die anderen konnten mit dem Schiedsrichter auch diskutieren und da gab es nichts. Ja, genau. Man weiß jetzt immer nicht, was auf dem Spielfeld gesagt wird, aber beide Spieler in der ersten Halbzeit haben gesagt, sie sind völlig sachlich geblieben, vielleicht zu lange. Ja, dann kann man als Schiedsrichter aus meiner Sicht auch gerne nochmal sagen, es ist jetzt gut. Wenn er das nicht sagt, sondern sich das zwei Minuten lang anhört, das Getotter, dann gibt er da Gelb. Okay, das ist dann auch so. Ich habe ja selber heute auch als Trainer Gelb gekriegt, muss man ja dann auch sagen an der Stelle. Aber auch ich habe sachlich reingerufen und habe gesagt, ich möchte gerne, wenn ich die Berührung bis draußen höre, dass der Schiedsrichter bei solchen Berührungen dann halt pfeift. Weil ansonsten geht es halt weiter, gerade auf so einem Boden, so glitschig. Und ich sage mal, in der zweiten Halbzeit gipfelt es dann da, dass der Schiedsrichter einen Regelverstoß begeht. Und daraus das 2 zu 0 fällt, wo ich dann denke, dann ist es irgendwann dann auch vorbei. Also ich bin der Meinung, dass ein Schiedsrichter, es geht um den Sport, an der Stelle auch einen Fehler zugeben kann und sagen kann, okay, ich habe das Spiel falsch wieder fortgesetzt, nachdem ich es unterbrochen habe. Jetzt muss ich es halt zurückpfeifen. Ja, und dann muss er nicht mal bis zum Tor warten. Und selbst als dann das Tor gefallen ist, ist es ein großer Sportsgeist zu sagen, an der Stelle, nee, es ist halt ein Fehler. Das kann man ja auch erklären. Dafür hat er es ja auch gelernt als Regierkonder. Und wenn wir halt draußen ihn darauf hinweisen, selbst der Kapitän hingeht und darauf hinweist, und er das einfach negiert, nichts dazu sagt, eben auch gerade nichts dazu sagt, wahrscheinlich wurde es ihm das vorgegeben, bloß nichts sagen, das könnte ihm auch noch falsch ausgelegt werden, dann ist das für mich eine Frechheit, weil das absolut nichts mehr mit Sport und Fußball zu tun hat. Und was letztendlich auch natürlich das Spiel komplett für die Heimmannschaft durcheinander bringt. Ich werde die ganze Szene hier natürlich im Moment nicht einspielen, weil das ist ein bisschen viel, also die ganze Entstehung und bis zu dem Tor hin. Aber ansonsten muss ich sagen, der Mannschaft ein großes Kompliment heute. Es war eine komplett ausgewechselte Mannschaft gegenüber dem Spiel in Schladach, wo ich sagen muss, Kampf von Anfang bis Ende, richtig super gewesen. Und wenn er auf dem Weg bleibt, sind die nächsten Spiele, hoffe ich mal auch mit einem anderen Ergebnis zu sehen. Ja, das hoffen wir natürlich auch, und daran wollen wir weiterarbeiten. So machen wir das. Danke dir. Tschüss. Ja, schauen wir mal, wie geht es denn eigentlich weiter jetzt mit Fußball? Na, ich hoffe mal, dass beim nächsten Mal der Rasierer dran ist. Wo sind wir denn da? Ich glaube, war jetzt Niemek dran. Ich weiß es nicht. Ich habe dir gar nicht nachgeguckt. Aber wir blenden es einfach hier unten noch mit ein. Genau. Und ansonsten sind wir mit dem Sport schon wieder durch. Und jetzt fehlt nur noch eins. Und Matze, ich möchte dich ja eigentlich darum bitten, dass du das Wetter ansagst. Aber ich misstraue dir. Du machst wieder schlechtes Wetter. Ich mache schlechtes Wetter. Ja, ich mache ein bisschen Regen. Hat mal lange nicht. Ja? Ja, das Jahr, Winter, der Winter der Tiefdruckgebiete, ich glaube, den gehen bald die Buchstaben aus. Die müssen wir bei A anfangen. Weil da kommt eins nach dem anderen. Und der Regen wird uns auch in dieser Woche begleiten. Temperaturen. In der Mitte der Woche knippt es immer so auf sechs Grad runter. Und nachts bis ein Grad. Ich habe in einer anderen Wettervorschau sogar schon Schneeflockenmöglichkeiten Mittwoch um elf gesehen. Aber auch wenn, kommen die nur kurz vorbeigeweht und sind gleich wieder weg. Und nicht hier Bock heute. Nein, wirklich vielleicht. Norden von Bock. Im hohen Norden. Nee, das Wetter ist, wir gucken ja raus, es regnet, es ist alles nicht so schön. Die Erde brauchst. Jetzt ist voll, habe ich gesehen. Die Flüsse sind voll. Wir sind ja so hier über das Meer gefahren, da war alles voll. Wenn der Sommer wiederkommt. Havel ist voll. Wenn der Sommer wiederkommt, dann ist... Habe ich gesehen. Ja. Okay, das war es schon diesmal wieder, Matze. Kurz und schmerzlos. Wir warten trotzdem auf den Frühling. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Und wie immer der Aufruf, wenn ihr Themen habt, schickt sie uns bitte, weil dann können wir es hier natürlich locker und flockig verbreiten. Ach, hatte ich das eigentlich drin? Nee, hatte ich alles drin. Gut, eins habe ich noch vergessen. Ach nee, wir haben nichts vergessen. Wir sehen uns am Samstag, wa? Auf dem Marktplatz. Wer? Ist das schon der 29. Achso. Ja, sehen wir uns. Bis Samstag. Also wer Lust hat, kommt einfach am Samstag mit auf den Marktplatz. Da können wir mal ein bisschen Party machen. Bringt noch ein paar Gugelschreiber, Bleistifte, Fußbälle mit. Genau. Alles, was nach Afrika kann, bringt es mit. Ja. Nö, ja, nee. Also die Schwiegermütter bleiben bitte zu Hause. Und wer sein Kind nicht leiden kann, sollte das auch nicht. Du gehst von Person aus, ich meinte ja Spermöhe oder sowas. Aber du weißt mal, wo du wieder hindenkst. Ich habe Matze schon gesehen, wie er seine Schwiegermütter unter den Arm mitbringt, um sie nach Afrika zu verschiffen. Aber du kannst auch gut mit, Roswitha, ne? Deine Ideen im Kopf, ja. Tschüss, macht's gut. Wir sehen uns nächsten Montag, beziehungsweise am Samstag. Ich klär dir mal aus jetzt hier. Matze. Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020